Hallo, 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 liebe Freunde und willkommen zurück zu Unusual Findings mit mir, eurem Retro-Floppy. Ja, wir, besser ich, versuche doch immer an dem Typen da, diesem freundlichen Alien-Soldaten vorbeizukommen. Aber ich habe bisher nicht so wirklich Erfolg und auch nicht wirklich eine Idee, was ich machen soll. Aber wir werden schon irgendwie weiterkommen. Wir reden nochmal mit ihm, vielleicht bringt das ja was. Ja, wir sind nicht so insekretbar. Tschüss! Ich kann sehen, dass es ein paar Testtubes gibt, die ein bisschen Liquid drin sind. Wir haben doch irgendwie einen kleinen Schlüssel gefunden. Cool. Das war die Schlüssel des Kabinetts. Ich kann sehen, dass es ein paar Testtubes gibt, die ein bisschen Liquid drin sind. Ich nehme einen dieser Stubes. Warum? Das sieht aus wie Urin. Ist das Urin? Deswegen einfach mal irgendwelche fremden Flüssigkeiten in Reagenzgläsern aus dem Labor mitnehmen. Was für eine super Idee! Okay, was steht nochmal da? Oh. Native Substanz und ihre Anwendung. Mischt man native Substanz mit verschiedenen lokalen Elementen, so erhält man Lösungen mit den unterschiedlichsten Eigenschaften. Oh. Ich hätte das nur lesen müssen. Ich habe in der letzten Folge einfach rum experimentiert. Und in der vorletzten. In der vorvorletzten. Egal. Ich habe einfach nur rum experimentiert und wild drauf losgeklickt. Und hier. Auf diesem. Oh. Da steht die Lösung. Oh. Bin ich doof. Oh. Das tut doch weh. Okay. Gut. Okay. Ich lese mal durch. Mischt man native Substanz mit verschiedenen lokalen Elementen, so erhält man Lösungen mit den unterschiedlichsten Eigenschaften. Toller Dünger. Hat desinfizierende Eigenschaften. Potentes Bio-Bytes-Mittel. Aktive Feuerlöscher. Schmiermittel. CA-Blut. Gravitationsfelder mit genügend Ladung können einige verstärkte Metalle zum Schweben bringen und ein elektromagnetisches Feld erzeugen, das als Schild verwendet werden kann. Das elektromagnetische Feld kann jedoch schnell und einfach deaktiviert werden, je nachdem welches verstärkte Metall zur Erzeugung des Felds verwendet wird. Zum Beispiel kann flüssiger Wasserstoff verwendet werden, um ein mit Gold verstärktes elektromagnetisches Feld zu deaktivieren. Natrium-Bikarbonat kann verwendet werden, um ein elektromagnetisches Feld auf Aluminiumbasis zu deaktivieren. Oder Natriumchlorid kann verwendet werden, um ein zinkverstärktes elektromagnetisches Feld zu deaktivieren. Mentale Notiz. Peter fragen, welche andere Metalle er verstärken konnte. Verbessere die Leistung einer Laserpistole. Nach den Forschungen von Dr. Krauss kann eine Laserpistole stark verstärkt werden, indem man einen Rubin anstelle eines CAF-Edelsteins in das Batteriefach einsetzt. Der Labormischer funktioniert nicht richtig. Ich habe versucht, den Mischer zu reinigen und es hat nicht geklappt. Ich habe versucht, die Batterie zu wechseln und es hat nicht geklappt. Dann haben wir es mit verstärktem Zink versucht, um ihn aufzuladen. Und wieder nichts. Ich denke, wir sollten Deuterium in den Regeln geben und sehen, was passiert. Nebenanmerkung, ich habe ihn repariert. Es war nur eine tote Kakerlake in den Motorkontakten. Das ist voller Ungeziefer. Die Jungs im botanischen Labor machen einige seltsame Dinge mit der Vegetation. Die einheimischen Pflanzen reagieren sehr stark auf die Kombination einiger unserer Produkte. Wenn Felix nicht versucht hat, mich zu täuschen, ist es möglich, eine einheimische Pflanze in Sekundenschnelle zu entwickeln und wachsen zu lassen, indem man Samen mit Substanz F, Substanz X und irgendeinem ödigen Zusatzstoff mischt. Je mehr Substanz X man hinzufügt, desto größer wächst sie. Ich kann nicht glauben, dass sie ihnen Substanz X geben, um mit Gemüse zu experimentieren. Dabei ist es so teuer und schwer zu produzieren. Warum arbeiten immer andere Leute mit dem, sie haben mir meine Gehaltserhöhung verweigert? Ich hoffe, dass sie den Super Warper bald fertigstellen, damit wir alle nach Hause gehen können und diesen primitiven Planeten und die Strider vergessen können. Okay. Kann man die Mikro aufmachen? Ist da was drin? Ich sollte hier erst etwas warmen, um etwas zu verweigern. Ja, was? Hm. Okay. Geologie-Labor. Da waren wir eben. Speisesaal. Bio-Labor. Hm. Hier ist ja eigentlich nichts mehr, oder? Nee. Nur die Aliens. Und diese Fächer hier, mit denen kann man nicht interagieren. Und die leeren Gasflaschen bringen uns auch nichts. Können wir mit ihm irgendwas machen? Wir könnten ihm den Schal geben. Er kann ja Gerüche aufnehmen. Ralph, kannst du den Schal? Ja, es funktioniert. Hm. Aber jetzt tötet er den. Das wollte ich auch nicht. Okay, wir haben einen Hound. Irgendwie tun die mir ja schon leid. Die sind hier irgendwie hingeflohen. Und bisher, klar, die wollten uns umbringen mit ihrer Armee und ihren Soldaten, aber... So richtig, richtig, richtig böse wirken die gar nicht auf mich. Oh. 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 This is what is left of the alien soldier. Where is his weapon? Nowhere. No weapon. No corpse. Just this blue blood. Oh. It's a flask full of some liquid. It's highly corrosive acid. How do you know that? It says it on the label. Nimm me mal mitz. Let's take that. That's highly corrosive acid. The container seems feeble. And it doesn't even have a lid. If that thing spills while you're walking, most likely you'll end up injured or dead. I don't think it's a good idea to go around carrying that thing. Point taken. Let's leave that where it is. Okay, was gibt's denn noch? Schwebende goldene Pyramide. This metal pyramid is hovering in some kind of magnetic field. It has an inscription carved into it. It reads, Enhanced Gold 23. Que estas? This metal pyramid is hovering in some kind of magnetic field. It has an inscription carved into it. It reads, Enhanced Zinc O3. Und hier? This metal pyramid is hovering in some kind of magnetic field. It has an inscription carved into it. It reads, Enhanced Bronze 32. Was gibt's hier noch? Whiteboard? One. Keep the laboratory clean. Das could have we just vergessen. Two. If any progress is made, call headquarters immediately. 424. 424, okay. Use your safety gear at all times. Four. Keep the laboratory clean. Yes. Again. Können wir die Schließfächer aufmachen? Sie sind geöffnet. Es gibt keinen Weg, dass ich das öffnen kann. Well, wenn du mir ein Lockpick-Set bekommst. Ein anderes Airdaft. Ich frage mich, ob wir da rein können. Cool. Jetzt können wir rein. Es könnte unser Ticket aus hier sein. Du leidst den Weg, dann. Entschuldigung, ich habe wieder zu schnell geklickt. Guck mal, was da ist. Zur Küche. Ah. Oh. Ein Roboter. Ein riesiger Kohl. Und das ist nicht gerade sauber, die Küche. This Cabbage is stupidly big. Why would someone want a Cabbage this big? I don't know. To make a lot of soup? Oh, ein Roboter-Spongebob, der Burger brät. Was gibt's hier noch? Kühlschrank? It's the kitchen fridge. It looks really futuristic. It's just a fridge with some lights on it. Bei Kühlschränken in Adventure-Spielen muss ich immer an Maniac Mansion denken. Okay, machen wir den mal auf. The fridge is locked. Warum? I know the feeling. My mom also locked the fridge with a padlock. I don't blame her. You eat like you're at a buffet. It's a big copper spoon. I don't know what they were thinking. Copper is an excellent conductor of heat. This spoon could burn the hand of the chef. The chef is a robot and they are aliens. Just go with the flow. Stimmt. Dem Roboter ist jetzt sehr egal. Now we have a big copper spoon. Große Tüten? Big bags of flour or something like that. The bags don't have any labels. These bags are pretty resistant. No way I can open them without a knife or scissors. Haben wir irgendwas zum aufschneiden? Nee, nicht wirklich. Wir reden mal mit dem Roboter. Oder wir schauen ihn in den ersten Jahren. Ein Chefroboter. Oder so etwas wie das. Ich glaube, er ist nicht mit Ralph. Es sieht mehr als ein Robotroboter. als ein lebenden Robot. Hallo? Ein, 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 ein Kochroboter mit italienischem Akzent? Echt jetzt? Klaatu Barada Nikto. Ah. Army of Darkness. Klaatu Barada Nikto? Invalid authorization code. Hello? The Tiftronic 2000 salut is you. Please enter your authorization code to proceed. Codes? What codes? Invalid authorization code. Hm. Okay. Was haben wir jetzt Neues? Kupferlöffel, Sesamölflasche, Mobstiel. Können wir das kombinieren? Nope. Schade. Können wir das kombinieren? I don't think so. Gut, gut. Dann halt nicht. This is what is left of the alley. Where is no? Okay, das haben wir uns schon angeschaut. Dann gehen wir doch mal, äh, hier zum Konferenzraum und rufen die Nummer an. Die 424. It's an Intercom. Anyone know how it works? Yeah. You put the internal number you want to call here and then press call. And it should work. Let's give it a try. 424. Anrufen. Hello. Well, I see you've learned to use some of our communication devices. Who is that guy? I'm Admiral Rembrandt, commander of the 34 Queens. And I order you to desist in this futile attack on our people. Uh, Dacian. We are not attacking anyone. We were just escaping being shot. The 22 soldiers that were killed in that facility don't think the same. We didn't do it. It was Rolf. Excuse me? The tall robot alien? Oh, well, yes, the Strider. I don't know how you managed to bring one of his kind to this planet, but it was a clever idea. What do you know about the Strider? That they are dangerous, but they can be stopped with enough firepower. So believe me, when my troops manage to get down, your team will be terminated. But we are not a team. How is that? So, you're not coming with the Strider to sabotage our operation? No. We're here by accident. Interesting. Who else knows you're here? The President. You are a terrible liar. I'm sorry. This is getting kind of pointless. Seems like you don't want to cooperate. And if you don't want to cooperate, then... Grenade! Toss it! That was brave. But futile. That's the magic of toxic grenades. Man, this smells like a really strong peanut butter. Why are they still standing? We are not sure, Admiral. Ugh, jeez. Well, this is awkward. You tried to kill us! Hmm, maybe. Maybe. It seems like the small differences between our species make you amused. to some of the toxins of our planet. Mental note. Never use killer gas grenades on this planet. You tried to kill us with gas! No, but you can't escape the facility. Netter Kerl. Der will uns mit Erdnissen töten. Schlimm, schlimm, schlimm. The drawers are locked. We rufen die nochmal an. I will call headquarters. Hello! Are you ready to surrender? What is this place? This is a research facility. We are people of science. Why do you have so many armed guards, then? We need to protect ourselves. And after tonight's events, it's obvious we needed more weapons. Are you an alien? What kind of question is that? Yes or no? Well, yes, but we're here purely for research purposes. Where are you from? Your people who have been mastered interstellar travel. Any reference to my planet made no sense for you. But, to put it in simple terms, we come from far, far away. We will only surrender if you hear our demands. I'm not sure if you're in a position to bargain. Nonetheless, what are your demands? Folgende Kampfgenossen müssen unbedingt freigelassen werden. Das ist aus Stirb langsam. Das gefällt mir. Ne, wir sagen das Erste. Wir wollen, wir hier in einem Stück rauskommen. Ja, sicher. Ich kann dir das garantieren. Keine Tricks. Nicht sogar einen Tricks. Just surrender. Open the elevator door, so that my men can secure the area and escort you back to the surface. We can't do that at the moment. Then I can't assure your safety. Okay, das... Goodbye. ...war dann auch alles, was mit ihm beben kann. I await your rendition. Okay, dann brauchen wir jetzt eine Batterie. Gucken wir doch mal im Geologie-Labor um. Risikomagnet. This thing is huge. Why do they need this monstrosity? I have no idea how this alien technology works or what they're doing here. Hmm. Da sind Chemikalien. Neh mal die schwebende Pyramide mit. It's floating like a feather. Yet I can't move in an inch. Hmm. Okay, dann müssen wir gleich mit den Chemikalien arbeiten, um das Kraftfeld zu deaktivieren. Okay. Okay. Das wäre bei der Baustelle noch irgendwas Interessantes. Gummimischer. Presslufthammer. Wir gehen nochmal da hoch. Zigarettenstummel. Nee, sonst war's das hier. Okay. Was haben wir jetzt im Elemental, das uns weiterhelfen könnte? Wir haben Kupfer. Wir haben Substanz F. Mobstil. Sicherheitsausweis. Wir müssen irgendwie an die Hand da rankommen. Das hat nicht Nummer 6-Bolze. Hmm. Es funktioniert nicht. Es hat einen großen Laserblatt im Mittwoch. Ich brauche die Hand da. Warum ist da eine Hand auf dem Schild? Verdammt! Der Laserblatt ist stark. Nein, danke. Ich kann es noch nicht erreichen. Nein. Okay, dann muss ich mir noch was überlegen. Aber ich werde an diese Hand rankommen. Und ich hoffe, dass ich das in der nächsten Folge schaffen werde. Werde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich nur, ich liebe euch. Von ganzem Herzen. Bis dahin. Und ich bin. Ich bin. Und ich bin.